Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Wir legen direkt los. Ich habe ein interessantes Interview gelesen, das die BILD geführt hat, mit einem Top-Ökonom, so wie sie ihn betitelt haben. Und er geht hier mit Deutschland und der deutschen Politik und auch Merkel rückwirkend sehr, sehr hart ins Gericht. Und berechtigterweise muss ich hier ganz klar sagen, ich stimme Ihnen nicht bei allen Punkten zu, nichtsdestotrotz gute Kritik. Rüdiger Bachmann ist das, von der Universität of Notre Dame, USA. Und er sagt nämlich hier, die angekündigte Steuersenkung, also auf die Gaspreise, sei eine wirtschaftspolitische Geisterfahrt, sagt er zu der BILD. Sie führe zu Ineffizienzen, weil sie dringend nötige Anreize, Gas zu sparen, konterkarriere. Ja, Herr Bachmann, das ist meiner Meinung nach erstmal grundlegend der falsche Ansatz, wenn man darüber spricht, dass man hier Gas sparen, also so bin ich zumindest. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich weiß das auch von Freunden und Bekannten, die sind erzogen worden, dass man zum Beispiel jetzt nicht hier eine halbe Stunde lang duscht auf voller Temperatur oder ähnliches, dass man nicht hier die Gasheizung laufen lässt, wenn man in dem Raum gar nicht drin ist oder ähnliches und so weiter und so fort. Da gibt es ja wirklich ganz viele Punkte. Und ich kann es mir und ich will es mir auch nicht vorstellen, dass manche Leute wirklich so sind und beim Zähneputzen beispielsweise das Wasser auf warmer Temperaturen dann auch noch laufen lassen. Das mag es geben, aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit, die Mehrzahl in unserer Bevölkerung ausmacht. Das glaube ich nicht. Was würde ich damit sagen? Ich glaube, wir haben gar nicht so ein großes Einsparpotenzial, zumindest im privaten Bereich. Beim staatlichen sehe ich da einiges, definitiv. So, und dann geht es hier weiter. Sie ist aber auch ungerecht, weil auch Haushalte mit günstigen Altverträgen sowie Haushalte mit hohem Verbrauch etwa mit einer Gassauna entlastet werden. Denn Gewerbetreibende mit hohen Gasrechnungen haben von dieser Erlastung gar nichts. Dabei gäbe es andere Möglichkeiten. Darauf gehen wir gleich ein. Er spricht hier einen ganz wichtigen Punkt ein, den ich gestern auch noch als Gedankengang hatte. Überleg doch mal, die Mehrwertsteuer-Umsatzsteuer, die muss doch ein Unternehmer gar nicht bezahlen, Gewerbetreibender. Das heißt, der hat von dieser Steuersenkung ja gar nichts. Die Gefahr besteht also weiterhin, dass natürlich zahlreiche Firmen in Deutschland komplett pleite gehen werden, weil sie nicht mehr produzieren können. Im Olle-Geredet-Kanal hatte ich bereits darüber ja berichtet, was das in einer Wäscherei für Mehrkosten sind. Die können das nicht mehr bezahlen, das geht nicht. Der Betreiber davon, Grüße gehen raus, falls du das sehen solltest, der hatte mir auch per Twitter nochmal geschrieben und er weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Das ist ja auch nur nachvollziehbar, dass das nicht funktionieren kann. Und dann Politiker hier, der Jens Spahn, ich bin kein großer Freund von ihm, spätestens als sein Anwalt mir vor zwei Jahren ein Schreiben zukommen lassen hat. Jaja, ihr werdet euch erinnern. Die Bürger erst mit einer Umlage kräftig zu belasten und sie dann bei der Steuer wieder zu entlasten, ist bürokratischer Unsinn. Und da muss ich dem lieben Jens Spahn an dieser Stelle mal zustimmen, da hat er wirklich hier recht. Auf den Ökonomen hier nochmal zurückzukommen, er sagt jetzt hier, In Deutschland lief vieles in die falsche Richtung. Die Politik habe sich jahrelang auf den Import von billigem Gas und Öl aus Russland verlassen. Davon hätten Verbraucher und Firmen lange profitiert. Putin hat mit seinem Überfall auf die Ukraine aber einen Strich durch die deutsche Rechnung gemacht. Man muss es in aller Durchsicht sagen, so kann das deutsche Wirtschaftsmodell nicht weitergehen. Und jetzt kommt er zur Merkel-Kritik. Unter Kanzlerin Merkel wurde der Wohlstand des Landes abgefrühstückt. Das Land braucht jetzt massive Investitionen in die Energieversorgung und in die Landesverteidigung. Boah, was für ein Populist, Heidewitzker, wie kann man denn sowas sagen? Ja und Leute, man muss es sich doch zu Gemüte ziehen und überlegen, das funktioniert halt wirklich nicht mehr so weiter, wie es hier gelaufen ist. Aber meiner Meinung nach, dass man jetzt hier hingeht und sagt, ja hier sollen die Energiekosten, da soll der Bürger dann was zurückbezahlt bekommen. Also irgendwie habe ich dem Ökonomen hier eigentlich gar nicht zugestimmt. Fällt mir gerade selber auf, hat es ja anders eingeleitet. Egal. Warum spricht denn niemand wirklich die Probleme in Deutschland an, die wir haben? Ich habe hier per Twitter gefunden, bei Facebook, dieses Posting hier, ist schon ein bisschen älter aus dem September 2021. Hohe Kosten, niedriges Nettoeinkommen. Im Jahr 2020 in Euro. Haushaltstyp, Single, kein Kind, 100% des Durchschnittseinkommens. Und da ist Deutschland, hierbei in dunkelblau gehalten, Arbeitskosten des Arbeitgebers, wir hatten gerade letztes Jahr darüber gesprochen, 74.322 Euro. Und das Nettoeinkommen des Arbeitnehmers liegt nur bei 37.000. Wir sind hier komplett auf dem letzten Platz. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird nicht darüber gesprochen. Ja, mehr Netto vom Brutto. Nein, wir können ja beantragen. Dann kriegst du hier eine 300 Euro Zahlung. Dann bekommst du hier vielleicht die Mehrwertsteuersenkung etc. Ich möchte einfach weniger von meinem hart verdienten Geld von diesem Raubrittertum im Staat abgenommen bekommen. Das wäre fair. Und dazu gibt es dann auch hier noch die ganz offizielle Daten dazu von der OECD. für das Jahr 2021. Hier, wo alle Länder drin sind, sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Aber wir haben ja trotzdem bei Total Tax Wedges haben wir 48,1%. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nur Belgien mit 52%. Aktuell ist da höher. Das sah auch schon mal anders aus. Da war es nämlich hier quasi eine Rochade, war das Ganze getauscht. Da waren wir bei noch höheren Abgaben als Belgien. Ja, und über diese Situation, dass der Sparkassenchef ja eine ordentliche Ansage hier gemacht hat, dass viele Leute nichts mehr an Geld übrig haben zum Sparen, hatte ich bereits berichtet. Und jetzt geht das Ganze weiter. Da betitelt die Tagesschau das Inflation fristerspartes der Deutschen auf. Und man muss sich doch überlegen, dass in den letzten zwei Jahren viele Leute wirklich deutlich weniger Umsatz gemacht haben. Bei mir ist das nicht ähnlich. Ich habe vor der C-Zeit relativ viel, ab und zu auch Kunden gehabt aus dem Messebereich. Also Messeberatungen habe ich gemacht. Und das ist in den letzten zwei Jahren komplett auf Null zurückgefallen. Das ist komplett weggefallen. Und ich hatte einen Vertrag schon nahezu vor Unterschrift im fünfstelligen Bereich auch sicher. So dachte ich zumindest sicher im Februar 2020. Ja, das ist natürlich nicht stattgefunden, weil keine Messe stattgefunden hat. So, und damit muss man dann erst mal umzugehen wissen. Und da habe ich natürlich auch verschiedene Sachen gemacht. Ihr wisst das. Ich habe hier Spielekonsole von mir verkauft. Ich habe mein Motorrad verkauft. Ich habe andere Sachen versucht zu Geld zu machen und auch geschafft. Von diesen Ersparnissen, die ich dann auch noch im Konto hatte, habe ich 2020 überwiegend gelebt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und dass natürlich bei vielen Betroffenen jetzt diese Ersparnisse dann aufgebraucht sind, das ist doch nur die logische Folge aus der Politik, die wir aktuell haben. Und wir sind ja immer noch nicht im Herbst, Winter angekommen, Leute. Das heißt, die Leute, die jetzt noch Ersparnisse haben, die werden auf diese zurückgreifen müssen. Und ich frage mich allen Ernstes, wie wollen das denn viele Menschen in diesem Land machen, die keine Ersparnisse haben, keine mehr haben, weil sie sie in den letzten zwei Jahren aufgebraucht haben, und dann diese Mehrkosten nicht bezahlen können. Und da gibt es meiner Meinung nach ja nur zwei Szenarien. Die werden rausfliegen, auf der Straße leben, weil kleinere Wohnungen einfach mal so ad hoc zu finden, wird relativ schwierig. Oder weil das zu viele sein werden, die betroffen sind, wird der Staat eingreifen und wird Vermietern in Deutschland sagen, Ja, nee, ihr müsst jetzt hier solidarisch sein und dürft jetzt diese Mehrkosten, die ihr habt, nicht übertragen. Euch geht es ja gut, ist ja kein Problem für reiche Vermieter. Die Mehrkosten müsst ihr dann tragen. Sowas könnte ich mir wirklich vorstellen. Und da muss man natürlich auch im Sinne der Investitionen weiterhin dran denken und darüber nachdenken, ob es sich noch rentiert, in eine Wohnung aktuell zu investieren mit solch Gefahr. Ja, ganz große Probleme haben natürlich produzierende Unternehmen in Deutschland. Also ich bin ja mit verschiedenen Unternehmen auch ein bisschen verbündet, vernetzt und weiß von einigen, dass die aktuell die Lager wirklich randvoll haben. Randvoll im Sinne von Rohstoffen, aber auch von fertigen Produkten, weil fertige Produkte nicht mehr so abgenommen werden, wie sie es vorher wurden, wo das Geld noch deutlich flüssiger war, vor drei Jahren auf jeden Fall, seit zwei Jahren nicht mehr so stark und in diesem Jahr bei vielen Betroffenen schon mal gar nicht. Und dass jetzt hier so eine Nachricht rauskommt, Ausfuhren in Nicht-EU-Länder, Deutschlands Export in Drittstaaten im Juli eingebrochen, ist nur eine logische Konsequenz dessen, dass man, wenn man zum Beispiel bei sich von einem anderen Geschäftspartner, der hat eine Firma und hat eine riesengroße Maschine jetzt gekauft, sagt, ja, die steht da und erwartet, dass die mal richtig angeschlossen wird, komplett in Betrieb genommen wird. Das funktioniert halt einfach nicht. Ersatzteilbeschaffung bei anderen Maschinen, die dort rumstehen, die zur Weiterproduktion dieser gekauften Rohstoffe dienen sollen, das klappt halt hinten und vorne alles einfach nicht, weil verschiedene Chips, Ersatzteile und so weiter aktuell nicht verfügbar sind. Und wir kennen doch diese Geschichte mittlerweile, ich habe es ja auch schon häufiger gesagt, dass ja angeblich auch Waschmaschinen aufgekauft werden, teure und gute Platinen, die dort drin sind und Chips entwendet werden aus diesen Waschmaschinen. Waschmaschine wird dann schön entsorgt, ist ja egal, wurde ja irgendwann mal produziert, macht ja nichts und baut man dann, weil die Chips benötigt werden, in ein teureres Gerät ein. Und das alles ist doch eine riesengroße Gefahr, eine riesengroße Gefahr für die komplette Wirtschaft, dass diese Lieferketten-Situation sich immer noch nicht verbessert hat. Das sind ja ganz, ganz viele Punkte, die da einher spielen. Aber eine große Gefahr ist es doch einfach, dass viele Rohstoffe wirklich gehortet werden. Kleinere Unternehmen, die sich das im Moment dann nicht leisten können, die auf Bedarf einfach kaufen, nichts mehr bekommen. Die werden jetzt gerade auch pleite gehen. Das ist ein ganz, ganz großer Rattenschwanz, der da dran hängt, was wir in den nächsten Monaten und vor allem Jahren sehen werden, dass immer mehr Firmen in Deutschland komplett über die Wupper gehen, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, haut rein. Danke, bis zum nächsten und ciao.